ARD Text im Auftrag von Funk Na Alex, mit dir hin und nix. Alex! Alex! Ja? Bist leise. Bin ich leise? Bist auch leise, Alter. Nach seinen letzten Ausbruch. Du weißt wovon ich rede. Deshalb hast du ihm nichts vom Sender erzählt, den du Salim angesteckt hast. Wir planen gerade einen Angriff an der Seite der Ägyptischen Armee. Wie sorgen wir dafür, dass sein Kopf klar bleibt? Ich kann die Medikation ferndosieren. Das sollte hinhauen. Aber er darf auf keinen Fall gefährden, dass wir Taylor erwischen. Ferndosieren! Dafür sorge ich. Was tust du, Alter? Ich werde leid nicht. Voila. Voila, die lauft. Die lauft meinen Cock. Du Schmuck. Denn ich bin ein Blockführer. Wie ist die Mission? Keine Ahnung. Alles klar. Ich hab nichts mehr. Das Signal vom Doktor ist weg. Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, er ist tot. Oder so gut wie. Khalil, halt deine Männer in Position. Wir sind im Landeanflug. Wir sind im Landeanflug. Hier sind die Botschaft. Na, nur bist du da. Warte auf unser Zeichen. Zwingt er die? Seht aus wie der Arbeiter da. Alles klar. Alles klar. Gibt dann eher der Elemente. Das sind einfach die blauen Tiefer da. Gut gemacht. Dann müssen wir an Haul vorbei. Wir dürfen Taylor nicht noch mal verlieren. Gibt Noträume bei Sarah. Ja, genau. Gestacheln heißen frei Gefahr. Nur. Glaubst nicht. Nein. Wissen wir wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Negativ. Dann müssen wir an Haul vorbei. Wir dürfen Taylor nicht noch mal verlieren. Ja, mach mich wiederbeleben. Keine Ahnung. Ja. Der war dick Notfall. Zu mir brauchst nicht. Ich brauche Unterstützung. Abil ist los. 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 Fuck, Alter. Wer hat die Wegkommen, dann müssen sie sich mal kaufen, Ich bin bald. Halt's Maul, du. Paul greift an. Sprengstacheln! Vorsicht! Achtung! Paul auf erhöhter Position! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Die Frage ist nur von... LOL habt ihr eine Waffe mit... also... Raketenwerte oder so? Ne, der ist irgendwo... ausgestattet Dann müssen wir ein Haul vorbei! Wir dürfen Taylor nicht noch mal verlieren! Das ist sehr unrealistisch! Du schießt es in die Luft, Arak! Wir brauchen den Bestdaum! Du würdest in real life dir... der... 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 Truder, Alter! Ich putter jede Haul weg! Alter! Alter! Häng halt in die Textur! Geil! Ich klicke auf ne Kiste wie so ne Prostituierte! Vielleicht bist du auch einer! Brrrr! Vorsicht, weil wir sind so scheiße! Ich geh halt drauf! Äh, stapeln wir ein Igel! Äh! Äh! Du hast das verstanden! Ich bin so ein Igel! Na! Ich bin so ein bisschen Bein durch den Verstößer! Sprengstaffeln! Vorsicht! Achtung! Paul auf erhöhte Position! steckt er auf mir um schnell schnell weg hier ja genau ich habe keine munition mehr wir müssen so munition aufstocken ach die stoffen ist ein schnitzel sie ist unsere einzige Spur zu Taylor, hol sie runter! Ich kann nicht mehr saufen, als wäre ihr werfen da wart. Den habe ich saft. Bruder, Alter. Schnell, verbinde dich mit ihr, bevor wir sie verlieren. Voila. So, gehen wir jetzt also vor? Töten unsere Leute, weil sie eine Verschwörung aufgedeckt haben? Du weißt nicht, was das auslöst. Ich weiß, aber es tut mir leid. Kann man halt das? Hä? Was ist los? Fört wohl schön aus. Entschuldigung. Hey, das Baby. Ist das ein Baby? Hallo? Krass, von mir, oder? Was ist mit Bitrum? Na? Ist von dir? Schwucht. Schwucht, ey. Halt's Maul, ich will das hören. Hören Sie mir doch zu. Zum Informationsaustausch beherrnungsweise. Wenn Sie die Überwachung durch Menschen streichen, lässt sich unser Einfluss nicht mehr kontrollieren. Moment. Hall? Hall? Was hast du mir angetan? Ich wollte mich mit deinem DNI verbinden, aber etwas nicht schief. Hörst du mich? Hörst du mich? Was zur... Das kann nicht wahr sein. Kane, kannst du mich hören? Siehst du das? Sag doch was! Bitte! Loll, Destiny. Wo? Hat sich angehört wie in Destiny? Äh, keine Ahnung. Die King hat mir gerade geschrieben, ob wir sie einladen. War's nicht. War's nicht. War's nicht. Wie kennt das denn? Was ist das? Warum? Ich bin da geboren. Ein kurzer Moment der Qual. Dann du gleich. Wer spricht da? Hier hat alles angefangen. Scars. Ihre Experimente haben eine chemische Substanz freigesetzt. diese stimme erkennst du sie ja ein traum von jemand anderem die cia schickte uns los zur überprüfung eines alarms unter der alten coalescence anlage jemand hatte die im ordens wohl gewandt check den raum sicher der menschliche test subjekte toll das verstößt gegen alle ethischen grundsätze dieses landes das brauche ich jetzt meldung auf zur immortals jagd wir wussten dass wir gerade über ein cia programm stolperten das jahrelang begraben war und dieses programm führte höchstwahrscheinlich direkt zum singapur desaster wir berichteten und wurden zur geheimstation zurückgeordert okay du weißt wie es läuft sichere das gebiet ich hole alle sensiblen daten von ihren servern los ich habe ein paar störungen in meiner optik okay ich helfe dir beim kalibrieren Sarah kannst du mich hören das war der weltkrieg ich weiß was das ist das ist was der andere ich habe es in der akademie studiert in meiner abschlussarbeit damals war es eines der größten beispiele militärischer tapferkeit einer dieser kämpfe der dir zeigt woraus du gemacht bist und wer du bist ich habe davon geträumt folge mir ich zeige dir was ich meine wenn man so warum das zu zweitem weltkrieg das die ficken uns in die da ihr glaubt und so ein hologramm oder so Was sage ich? Zweiter Weltkrieg und ihr rusht vor, Alter. Nur weil es Zweiter Weltkrieg ist. Nur weil du Deutsch bist. Deutschland. Was ist denn, Baby? Nix ist. Du kannst mich mal. Willkommen in Baston. Und jetzt bewegt deinen Arsch an die Frau. Wenn ich dich aufs Gras und mach Camouflage. Lass mal hier meine Schieche. Was soll ich denn nicht so viel Shisha? Ich Shisha nicht mal, aber die steht halt rum. Ja, du wolltest dann gerne werden. Ich bin gar nicht ab, denn ich weiß nicht. Alles klar, Alter. Oh. Hannes? 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 Okay, jetzt heim. Ich bin der Men Come? Ja. Alter. Da. Dann Geh. Dann Geh. Dann Geh. Dann Geh. Dann Geh. zum leben ich meine du hast den kürzesten gezogen und jetzt bewegt einen arsch an die front wir finden uns auf den schlachtfeldern des zweiten weltkriegs wir wünschen uns zweiter weltkrieg und wir kriegen das das muss eine illusion sein das muss es sein die deutschen sind direkt vor uns der mal wollte portzocken alles csv oder da das immer für skins schenken Alex Wieso? nur die deren skins schenke ich ja nicht hier Ich bin der alpha mate Der hat pinke skins alter Du kannst mir sein Doppler geben Was? Ein Doppler Nein Doppler Ja Hab ich eins ja Oder Butterfly Oder Karambik Hab ich auch ja Ich werde das mal kaufen wenn du mir ein Knife geben würdest Was? Nix Alter Ich sehe Spieler wäre jetzt hier keiner Lass uns etwas zu dritt starten Hauen wir mal WoW oder so Na safe net alter Na Digga dann holm wir auf die Schiffteam Dann was nix Dann haben wir halt die geile Gang Dann haben wir halt die geile Gang Ich sehe das Ich sehe das Warum rennt ihr auch so vor alter Weil wir russiens drin Das sind österreich Alle Das habt ihr davon vom russieren Alter Das habt ihr davon vom russieren Das sind halt nicht so deutsche Gibt BAH KUM Alter Du kannst nur russieren mit Concussion Du kannst nur russieren mit Concussion Ich warte hier Ich warte hier Ich warte hier Alex Ja Also Anders Warte Wie erster vielleicht Weiß nicht Steffen vielleicht Genug time Weiß nicht Vorteile Und Deine Mehr Bisse Ach Hinter Der 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 Was ist das? Wenn ich einen zweiten Weltkrieg bekomme, haben die noch keine Laser auf die Scharfstützengewehre gehabt. Dann höre ich mich lieber doppelt, Alter. Ich glaube, es ist einfach zu sagen, wie es die Krasse kostet. Outro